So, da bin ich schon wieder zurück, in Anführungszeichen. Ich habe nur gerade mit meinem Sohn noch eine Runde gespielt, beim Kraten Rette die Welt wenigstens eine Runde gespielt, wegen Tagesaufgaben und so. Ich melde mich wieder in ganz normal Fortnite an. Was sehe ich? Richtig. Schon wieder ein Geschenk von Barbarossa. Also ohnehin, das ist schon langsam peinlich, in Anführungszeichen, für mich, dass ich quasi gefühlt meinen ganzen Spind, den ich habe, geschenkt bekommen. Ich habe 17.800 V-Bucks und bekomme den halben Shop geschenkt. Auf jeden Fall vielen, vielen, vielen Dank dafür. Und natürlich, wie gesagt, lasst gerne ein bisschen Liebe da, auch für ihn, da ihr mich supportet. Einfach mal ein Abo dalassen. Guckt mal rein, was er so macht. Das Ganze ist halt unten in der Videobeschreibung verlinkt und natürlich oben rechts als Infokarte. So, wir gucken jetzt mal ganz schnell, was wir hier vom Barbarossa wieder geschenkt bekommen haben. Eins, zwei, drei. Stellar. Mann. Vielen, vielen Dank. Nächster 800 V-Bucks Skin. Ich will gar nicht zusammenrechnen, wie viele V-Bucks du wieder völlig ausgegeben hast. Aber auf jeden Fall vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich werde das Video ein bisschen später hochladen, weil eben habe ich erst eins hochgeladen, was das Geschenk betrifft. Aber auf jeden Fall vielen, 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 vielen herzlichen Dank. In dem Sinne euch mal viel Spaß beim Zocken und haute rein.